Hallo und Herzlich Willkommen zu euch. Sieglauchlauch. Und heute haben wir wieder vor. Wir werden jetzt ein paar Kacke grüßen. Hallo. Schön, ich gehe jetzt hier raus. Wir müssen ein paar Kacke grüßen. Findeblatt für oberen Kacke. Frageräusche Kacke knacken Freilich Bääät Musik 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 Also, dann... ...und die Beweichung her... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... ツール eins, zwei eins, zwei eins, zwei vier vier 3 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, können wir den Bezeichnen geben, oder? So ist jetzt meine Chef-Kopfrate und die Chef-Kopfrate brauche ich, so, eine, so, macht den Job. So, können wir den Bezeichnen geben, oder? 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 Ich glaube Dann wird's komplett und dafür kriegen wir ein weiteres Verbrechen. Das ist gut, das wird man nämlich sagen. Ja, das wird natürlich klar. Wenn ich hier reib dir was an, dann sage ich, du hast die Beide, die dann durchgefressen. Da rein, da rein gepackt. Okay, ähm, weiter, ich packen wir jetzt. Hier rein, weil die, die auch nicht. Auch zum nächsten Fest. Okay, also, wir könnten eine automatische Mette bauen, indem wir einen, Diamanten in den Ofen, wo wir Diamanten in den Ofen sind. What? Ich hab nicht einen Diamanten gesetzt. Gut, indem wir einen Diamanten in den Ofen machen und sagen, hey, du, immer von rechts machen. Und nebenbei können wir ihn auf den Hopper setzen und dann weiß ich die Ratte. Wie gesagt, Automatisierung mit Ratten ist incoming. Hab ich noch nicht ganz verstanden. Aber, das wird mal hier oben enden. Dann können wir uns das nochmal angucken. So, auch zum letzten Quest. Und wir sollen eine kämpfende Ratte machen. Und wir sollen eine kämpfende Ratte machen. So, auch zum nächsten Mal. So, auch zum nächsten Mal. So, auch zum nächsten Mal. bis wohl. No. Etwas alarmier. Aber jetzt müssen wir das nochmal før. Das war's für heute. Das ist eine bestimmte Art, um die Klinz zu machen. Wir gucken mal nach, ob wir hier irgendwie eine neue Fett haben. Das ist eine bestimmte Art, um die Klinz zu machen. Wir müssen noch einen Klinz zu machen. Der ist eine bestimmte Art und Klinz zu machen. Der ist eine bestimmte Art und Klinz zu machen. Da ist ein Klinz zu machen. Und das Ding zu bedienen. Also, dann können wir auch ziemlich Clint machen. Oh, ist mein Clint. Wir wandeln ein Clint noch und dann, wenn wir die Folge heute etwas kürzer machen. Und nächste Folge dann wieder auf 30 Minuten stricken. Warum auch nicht, ne? Aber die sollten soweit alle mit allem fertig sein. Und die erste Questreihe ist dann nämlich durch. Wir haben erst drei Stück. Diese brauchen wir. Zwei, vier. Zwei, vier. Zwei, vier, los. Achtet. Achtet heißt uns fehlen noch. Genau, drei. Zwei. 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 Zwei Burning. Zwei timmel. Zwei, zwei. 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 Zwei,agogel,oomen. ein Äh, nein. Noch ein paar ruf. Tricks. Ein. Zwei. Zwei. Und nochmal vier. Oh, dann müssen wir halt eher mit dem Spass jetzt hier drin zusammenkroften. So, und den Akku hier dafür. Ähm, wieder gut. Ich hab vorhin gesagt, wir brauchen das. Ich hab vorhin gesagt, wir brauchen das. Das funktioniert auch vorhin. Ich hab vorhin gesagt, wir brauchen das. 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 Festplätze da rein. Zwei. 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 Das können wir mal hier hin. Was soll so magische Milchwein machen also? Auch der Korb wird mir mein Geset. Ich bin natürlich so allein. Ja, der Korb wird mein Geset. Schön, wenn wir natürlich immer wieder so anschließen könnten. Was soll's? So, lassen wir mal mehr fest. So, jetzt sind wir schon dabei. Die sind fest abgeschließen. Die wir hier rankommen. Das sind die Mashes. Davon ziehen wir immer ein bisschen Geld. Wenn wir das machen. Entschuldigung. So. Damit haben wir die erste Masheschlupe erledigt. Wenn wir jetzt zur zweiten gehen. Wo die Reise. Aber wir würden dann hier sein. Das heißt. Als nächstes würde man dann irgendwie mit Energie anfangen. Die zweife. So. 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 Ich weiß nicht, ob wir in der Reihe durchgehen sollten, aber wir haben hier unsere Räder auch die Systeme, die wir nennen, wie z.B. Storage Energy. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wir haben auch noch nicht in die Körnern, die hier in der Körnern, die da in den Körnern, dass wir vieleár Moral und die Körnern sind. Einemarmer Teichung kohlen Sieg von der Körnern aus dem Karsten. Das ist noch nie. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018